Hey Leute und herzlich Willkommen zu Among Us. Mit dabei ist Professor Keks. Ja, Professor Keks. Oh, ich wollte Pro Talks sagen. Ja, soviel zu diesem Thema. Anscheinend will niemand, will ja nicht wieder, wenn jemand will. Als ob niemand beitreten möchte. Ja, Leute. Doch, da ist jemand. Wir spielen Among Us endlich mal. Toll, krass. Wirklich geiler. Ich glaube, dass ich mir eine Lütze anziehe. Ich glaube, der Typ da haut gleich ab. Imposter, wo ist der Imposter? Oh mein Gott, was? Ich habe mich mal Imposter genannt und dann stand da immer Imposter. Was der Imposter? Nobody was der Imposter. Ich stelle mir vor, man nennt sich so Nobody oder Niemand. Und dann steht da so, Nobody was der Imposter. Wohl. Niemand war nicht der Imposter. Ähm, halt's auf. Wie lange müssen wir jetzt noch in diese Kapfl- 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 Äh, ach Mann, Kapfl fliegen. Das ist nicht. Ich habe einen Traffehler. Wir fliegen Richtung Myra Ikku. Oder? Ja, das war so klar. Jetzt sind wir, ach Mann. Komm, wir gehen denn eins davon aus. Nein. Erst nicht für allen, okay? Leerstremen. Wir machen zwei Imposter. Okay, komm rein, okay? Ich sag dir den Code. Warte. Warte, ich kann den Code noch gar nicht eingehen, weil es wieder bei mir leckt. Wie ist das? Wie ist das? Mein Name. Du, 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 du. Können wir bitte umrufen? Europa. Europa. Nordamerika. Okay, und der Code ist? TQRXXQ. TQRXXQ. Und Europa. Ja, ich weiß. Nordamerika. Ernsthaft. Und damit, hallo und herzlich willkommen nochmal. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Okay, starte. Warum? Start. Okay, dann müssen, ähm, bei der Runde müssen wir uns stumm schalten. Merkt ihr das, okay? Bei der Runde stumm schalten. Nee. Bitte. Ich sag einfach nichts. Ja, okay, ich auch nicht. Wenn du mit deiner Community sprechen willst, schalte ich stumm. Ich möchte mit meiner Community sprechen, also schalte ich mich stumm. Okay. Ihr habt's gesehen, ihr habt's gesehen, ich bin Imposter. Oh mein Gott, so krass, ich bin einfach Imposter. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, du bist ein Mist. Tja, direkt im Emergency Meeting. Nein, das war ein Scherz. Du bist tot, ne? Bitte nicht, bitte nicht. Ich bin nicht Imposter. Ich hab gelogen. Ich hab das nur... Ich wollte dich nur pranken. Mann, ich vergesse immer, mich unzustimmen. Mann, ist das jetzt Self-Report? Oder ist es die Wahrheit, das sehen... Das und noch viel mehr sehen wir in der nächsten Folge. Es ist Self-Report. Junge, wer hat mich gevotet? Hast du mich gevotet? Ich war der Einzige, der mich gevotet hat. Oh mein Gott. Er war sogar... Ein Riposter remains. Riposter einfach. Nein! Riff, ist es... Stumm. Stumm. Wer, wer, wer? Ach Mist, er ist tot, oder? Nee, ist er nicht. Ich kann nicht mehr. Kannst du bitte, ähm... Du bist es, ne? Oh mein Gott. Wer war's? Player again. Ach man. Ich bin draußen. Player again. Ich bin auch... Före die mir bei, bitte. Wie? Du musst ein Code sagen. Z-X-F-D-I-M. Oh mein Gott. Ich bin draußen. Okay. E-Z-C-D-V-S. Warte. E-Z-C-D-V-S. Warte. Beim Elektröder. Was? Das ist nervig. Können wir das nicht einfach in Roblox machen? Nein. Warum? Weil... Warum nicht? Meine Zuschauer sehen übrigens gerade die ganzen Codes. Komm schnell her. Alles klar. Warten. Bitte. Was ist der Code? E-Z-C-D-V-S. E-Z-C-D-V-S. Ich bin drin. Hallo. Ah ja. Hallo Santa. Du hast nichts auf dem Kopf, bei mir. Du hast keine Glatze. Nein. Und außerdem sind wir in einem Raum... Ey Mann! Okay, wir spüren das in Roblox noch. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi. Bis dahin und tschüssi.